Hallo meine Schüler, guten Morgen. Jetzt lernen wir die Buchstaben von A bis Z. Wir beginnen mit den Buchstaben von A bis M. Also, was sind die Buchstaben? A, B, C, B, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, V, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, V, X, Y, Z. N无Because sind die miteinander. A, A, Repeat after me. A, 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 Pfehl, A, Pfehl, A, Auge, Auge, A, Auge, A, Auto, 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 A-Auto. Noch einmal